Das heißt, dass ein abgewendetes Unglück die Menschen zusammenschweißt. Aber bei mir läuft es mal wieder anders. Ich will aber nicht dazugehören. Was verstehst du das denn? Ein typisches Charly-Ding. Ich muss auf einem Pferdehof zum Klarkommen. Ach, die Schläger-Tussi ist auch schon gut. Ich würde alles dafür lieben, nur bei dir zu sein. Oh, alle mal eine Runde mit Leid. Eigentlich wollte ich mich schleunigst vom Acker machen. Aber irgendwas läuft hier völlig quer. Mein Kopf muss beim Unfall mehr abbekommen haben, als ich dachte. Wer bist du? Armand. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Es ist ja nicht wie bei dir zu Hause. Oh nein, Charly. Hast du nicht zurück in die Zukunft gesehen? Wenn man was in der Vergangenheit ändert, dann hat das richtig so gefallen. Diggi! Komm jetzt. Nicht dein Ernst, oder? Es ist ein Frieden. Leute! Wir sind die Auserwählten! Aber eins weiß ich. Wir sind mittendrin. Im größten Abenteuer unseres Lebens. Das war erst der Anfang. Wir sind die Auserwählten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020